So, meine lieben Gäste, ich darf euch alle bitten, wieder eure Plätze einzunehmen, weil das Programm ist schon nicht so ähnlich, seitdem ich gesagt habe. Es kommt im Gegenteil, der beste Show-Eignis Siemals gegeben hat mit unserem vierstündigen Sportkurs. Wir haben einen kleinen Tanz vorbereitet und ich würde sagen, jetzt warten wir kurz, bis alle in der Halle sind, weil es nun echt keiner bepasst. Es wird richtig geil. Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen, Let's get ready here! Let's get ready! Let's get ready! Let's get ready! Let's get ready! Das war's für heute. 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 Okay. 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 Das war's für heute. Blast things today, say, I'ma lay it down, I'ma dance so I can't get down And boy, I'm a thunderstorm, I'm the daughter of the undertow I'm a part of the jungle, I'm a girl I can't wait, I can't wait, I can't wait, I can't wait, I can't wait I can't wait, I can't wait, you know, I can't wait, I can't wait I can't wait, 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 I can't Der Buch hat so eine Lichter gemeint. Jetzt für die Zeit, bis heute unsere Kurschein, Bühli, stimmen wir an, Parole 1. Und ihr wollt, ihr seid, wer wir sind, wer wir sind. Wir sind die Hände, die Jäger, der ist, wer wir sind. Hey! So, jetzt würden wir gerne noch ein paar Dankwörter an unseren lieben Herr Schreitmalerricht. Ich glaube, die ganze Halle konnte heute Abend sehen, wozu zwei Jahre Sport vierstündig geführt haben. Also, wir schwitzen alle wie die Verrückten und wir haben uns dann gar nichts gebracht. Kondition an niemand, aber Spaß haben wir alle gehabt. Und das ist auch richtig schnell, verbleibt gerade beim Sport. Und weil wir so viel Spaß hatten, haben wir jetzt zwei schöne Geschenke. Einmal viele Erinnerungsfotos von Herrn Schreitmüller und eine geheime Eigenschaft von Herrn Schreitmüller. Wir trinken wohl keine von unserem Herr Obersportler, aber wir dürfen auch viele schöne Kürzfeste mit ihm feiern. Und jedes Mal wurde der Abend von schönen Cocktails abgerundet. Vor allem mit Kai Pirinja. Und deshalb einen Korb mit allen Zutaten für die besten Kai Pirinjas aus dem Hause Schreitmüller. Vielen Dank für die zwei Jahre. Dankeschön. Dankeschön an euch, für den Regels. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn man sehr viel investiert und noch mehr zurückbekommt, dann ist es eine ganz tolle Sache. Vielen Dank.